Also wir sind SmartFed Kunden, weil wir uns hier sehr gut befreut fühlen. Die Frau Findeisen hat damals meinen Hund eingestellt. Sie leidet unter Epilepsie. Das war vor fünf Jahren. In einer anderen SmartFed Praxis bei Frau Findeisen sind wir dann hierher nach Pankow gefolgt, weil sie einfach das Tier als Lebewesen nicht nur als Sache zum Geld verdienen. Sprich ich kann sie Tag und Nacht anrufen, sie hat immer ein offenes Ohr, ich kann auch das Tierarzt SmartFed